Ich hab gewechselt, Alex. Ich frag mich nicht, was ihr macht. Ich hab gewechselt. Ash macht Laune, leider. Die macht halt leider richtig Fun, irgendwie gerade. Ich muss mal einen guten Skin für die kaufen, irgendwann, wenn ich Geld hab. Das ist jetzt irgendwie ziemlich langweilig. Doch die Highlight in Tours sind halt ziemlich langweilig. Das ist halt... Boah, Alter, das geht mir so auf in den Sack. Ich hab die ganze Zeit die Nase so halt nicht zu, sondern... ...als müsste ich niesen. Die ganze Zeit. Und es kommt nix. Irgendwas in den Nebenhören, garantiert. Ah, ich hab wieder lustig. Und so, wenn ich jetzt nicht die Gewitzball ist. Ich find's komisch, dass Junkrat mit seinen Minen so ne Abklingzeit von vier, fünf Sekunden hat, bis er wieder eine werfen kann. Aber Ash, Rotflinte, die ihr Bewegungsmöglichkeiten gibt, hat halt zehn Sekunden. So lang ist das Seil von Widow, hat glaub ich nur sieben, acht, oder? Hm. Und hat die eine höhere Akklingzeit. Die ist die schlechtere Sniper-Variante, weil die halt nicht One-Shotten kann. Hat aber mehr Akklingzeit. Oh, der ist sowas'n tot. Doomfist? Doomfist von links... ich helfe dir er ist tot komischerweise hat man dynamit irgendwie nichts getroffen wer hat mich denn jetzt bitte rechts ist wieder einer drin ja ich bin kritisch ich bin kritisch ich komme klar mei ist gerade gesteht die war und mccree von recht oh die oberste wieder ich habe noch versucht weg ich habe noch versucht den weg zu bürsten ich habe versucht ihn weg zu hauen tut mir leid dann schön ja ja klar na klar Ich bin ein geschläferter! Ich spiel den doch, ja, danke. Ich! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Okay, Alex, dankeschön. Dankeschön! Ich bin eingeschläfert! Der steht am besten Scheiße. Da oben in der Ecke ist jemand. Dumf ist ein Zentrum. Ja, Dumf ist auch ein Punkt. Richtig, nein. Ja, der Huren, der Huren. Mega. Was? Bevor ich von Hand so einen Headshot gebe, verpisse ich mich, Alter. Da tue ich mir nicht an. Da in dem Gebäude. Und hier ist ein Hamster. Wer ist ein Geschütz? Ganz geheim irgendwo auf. Hier in die Ecke. Ah, scheiße. Da hat der schon mal nicht gut funktioniert. Der Sonne, der Schafanurig gehört. Ich hab Renu gesniped. Hanso ulti. Ne, von. Hanso. Bleibt im Gebäude. Bleibt im Gebäude. Bleibt im Gebäude. Alex meint in die Ulti. Komm. May ist fast tot. Mercy ist fast tot. Wenn ihr hoch fliegt, müsste ich sie eigentlich sogar kriegen. Fuck you. Haben sie ne Mercy ja. Ach, sie hat den Hamster wieder überlebt. Daneben. Kommt du eh nicht zum Punkt. Oh wow. Jetzt gehen sie auf den Punkt. Ah, dieser Hurenhanso, ey, der kommt vom Eingang. Oh wow, das stimmt sogar noch. Was? Tu doch was! Ja, ist halt echt so. Er schleppt ihn halt absolut aus dem Leben. Ach ja. Er kommt halt angesprochen.